Okay Leute, Willkommen und... What the fuck war ich hier? Ähm, raufklicken. Mal sehen... Muss ich diese Welt zu Ende machen? Ich weiß nicht. Egal, ich gehe in die nächste Welt. Mal sehen... Hunter x Hunter, ein guter Anime. Der ist einfach Hammer. Muss ich gegen Gon kämpfen? Oder gegen Killua? Oder Kurapika oder Leorio, hieß er ja. Point Match, okay. Ja, Point Match, okay. Das habe ich schon gesagt. Ach ja, ich habe das andersrum gestellt, das... Oder habe ich das davor schon so gemacht? Ich weiß es nicht. Oh, ich wollte noch... Habe ich eigentlich einen neuen bekommen? Ich weiß es nicht. Ah, ich muss gegen Killua und so. Oh, ich muss gegenилet sein. Ah, die machen, ähm... Nen. So ist das auch im Anime. Nen-Power. Ah, komm. Charot... Ähm, Toro? Nein. Naruto! Wieso esse ich immer diesen verfickten Fisch? Ist auch richtig, okay, also ich muss den hauen. Okay, mein erster Punkt. Ah, jetzt ist Killua da, nein. Der ist schlimmer als Gon. So, so, ich hab gewonnen, ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen, yay. Ich hab einen Gon bekommen. Sehr gut, ich hab einen Gon, ja. Der ist auch einer meiner Lieblingscharaktere, weil er einfach genial ist. Äh, die Kauze definitiv. Ich muss als letztes stehen. Okay. Okay, bearbeiten. Ich will Sven bekommen. What the fuck? Ah, okay. Wer ist Sven? Ähm, Gon, du kommst auch noch zu mir. Hab ich mir irgendwelchen neuen noch dazu? Luffy, Luffy, Miho. Miho. Luffy, 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 Luffy. Okay, dann hab ich alle reingetan. Ja, ich will das speichern. Ich weiß gar nicht, wie ich die jetzt hier einsetzen soll. Naja, ich versuch einfach mal. Ach, das ist sowieso jetzt nur kein... ... ...kein ernstes Spiel. Oh, der, äh, der komische Train hieß er ja, oder? Ich nehm die Box. Ich nehm auch das Geld hier. Und so. Und so. Old Clams in your face, du bist... ...äh, bitch, meine ich. Komm, Gibi. Okay, ich muss das letzte überleben. Okay, zwei Punkte. Wer ist da oben? Frankie, mein Süßer. Oh, scheiße. Oh, knapp war das. Ich geh da hoch. Fusen, oder wie das heißt, mit Ballon und so auf japanisch, bei... ...äh, ist sowieso kacke, okay. Wie viel Leben hab ich? Ich bin gut gerade dabei. Irgendwas hab ich gerade bekommen. Oh, komm, leck mich. Komm. Komm zur Hölle. Der nächste ist karo. Jetzt kommt Frankie? Okay. Was ist denn gar... Verdammt, ist klar, dass es da durchgeht. Und? Warte, kann ich eigentlich Charaktere einsetzen? Warte, so ein Guru kann ich aber einsetzen. So wie Kling? Game Set. Volle Funktional, oder? Ich hab Kurapika. Ah, geil. Der war auch einer der geilsten, weil... Er hat eine besondere Fähigkeit gehabt. Wallbreaker. Ähm. Was soll ich machen? Oh, ich hab ja... Ich krieg ein Set. Ah, okay. Mit dem Set muss ich machen. Oh. Oh. Was soll ich machen? Stand Destroy the Walls. Soll ich die Wände jetzt wirklich zerstören? Ach so. Das bringt es mir, die Wände zu zerstören. Okay. Und nochmal... Was kann ein Kilo da denn? Was kann ein Kilo da? Ah, Shane, die Attacke, ja. Dafür war auch Kiloa... Kiloa. Kurapika auch berühmt. Irgendwann seine Ketten. Er hat ja... Ich will nicht jetzt irgendwie nicht spoilern, der das vielleicht schauen will. Die Ketten haben eine besondere Bedeutung für Kiloa und Kurapika. Leorio hatte keine besondere... Oh the fuck, was ist das denn? Ich hab so viel Zeit? Soll ich drei Minuten hier die Wände zerstören, oder was? Geil. Ich hab ja auch nichts Besseres zu tun, oder? Ja, Kurap, äh... Ich weiß, Kiloa, du bist sehr schnell. Ihr müsst wissen, der kommt von einer Assassinenfamilie. Der Vater ist korrekt, aber die Mutter ist eine Schlampe. Eine fucking Schlampe. Und der Bruder ist ein Fettsack. Komisch. Fette Assassinen gibt's auch noch. Aber dein ältere Bruder, der ist heftig. Ach, der Fetti ist auch der ältere Bruder, aber... Der andere ältere Bruder ist ein... Kleiner... Nein. Ein... Verrückter... Spassi. Ach, komm. Ich glaub, ich nehm' mal ihn mal. Ach, er hat mir seine Angel. Das ist kein Schwert, wollte ich nur sagen. Das ist kein Schwert. Das ist eine Angel. Gebil. Komm. Komm. Ach so, die Wand hat mir auch jetzt zerstört. Der Mond in mein Ghetto kommt. Keine Ahnung, wie ich jetzt gerade darauf komme. Ich hab hier anmachsieber gehört. Okay, die Wand hat mir jetzt aufhört. Jetzt kommt die andere Wand. Die Wand. Okay. Jetzt komm noch mal. Komm schon. Das schaffst du. Ich glaub' an dich gern. Ich muss runtergehen. Ich hab' Leorio freigeschaltet. Und... Biskuit? Was ist Biskuit? Ich glaub' ich hätt' das schneller machen können. Ich hab' jetzt fast... Ich... Mir fehlt nur Kilowar. Der ist eigentlich auch der geilste von denen allen. Neue Welt, neues Glück. Fighter Galaxy. Hä, Dragon Ball, komm. Das muss uns jetzt gern. Dragon Ball. Ah. Das gönne ich mir jetzt aber richtig. Das ist so genial gemacht. So einfach genial. Das macht Volum da. Point Match. Äh, come on. Score Points. Bullen, Karol, so. Ja, okay. Okay, ich muss jetzt... Mich zerstören. Fuck. Ich wollte ein bisschen verändern, aber naja. Luffy. Kann's ja regeln. What the fuck? Gotenks? Oh, scheiße. Das wird an Spaß. Ganz ehrlich, wenn wir jetzt so ein Guck und Ruffy sie wirklich treffen würden. Guck mal einfach, denke ich, die Dame und die Sache wäre geregelt. Ruffy mit sein Tier 2 und so. Nichts. Fahr zur Hölle. Fuck you. Fuck you, Goku. Oh, nein. So, ich will wechseln. Okay, ich hab gewechselt. Hast du ein Gun? Ich hab hier... Fuck you, man. Goku, verpiss dich. Ich hab dich jetzt getötet. Ich will... Oh, okay. Ich hab jetzt eh keinen Punkt geholt. Keine Ahnung wie. Gotenks? Fuck you. Und tanz nicht rum. Ja, fall runter. Komm. Was war das denn gerade? Was willst du eigentlich? Komm, klar mit dem Leben. Ich hab keinen Charakter von dem bekommen. Scheiße, Mann. Deathmatch. Das klingt doch interessant. Okay, Last Man Standing. Diesmal werde ich aber ein bisschen bearbeiten. Ich hab jetzt die alle bekommen. Äh, wer soll der Lila sein? What the fuck? Ähm... Was war das? Wie ging der Lila nochmal? Ähm... Was? 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 Ähm... Ja. Achso, das war Trainingsmode. What the fuck? Ich will raus. Was? Irgendwie geschafft rauszukommen. Egal wie. Weißt du was? Fuck you. Okay. Ähm... Ja, ist Ninja. Das weiß ich schon. Gum Gum Brucht. Wer Zoller bist du eigentlich? Okay. Ich nehm mal die hier paar raus. Irgendwie bringen die mir keinen Sinn. Biskuit. Du kommst mal da hin und verbindest dich mit ihm. Ach, fuck you. Kein Schwein kennt dich, also keiner braucht dich dann. So. Hier soll wer dann kommen. Wo ist Zorro? Zorro? Das soll ich Zorro nicht eintun. Kann ich jetzt hier Zorro reintun? Äh... Miho. Korapika tue ich mal rein. Keine Ahnung, was ich da mache. Ach, ich wollte dir gar... Egal, ich lasse die einfach jetzt mal. Ich werde sowieso verkacken, was ich hier mache. Wisst ihr was? Mir ist es jetzt egal. Ich gehe jetzt einfach mal weiter. Ich weiß schon, nur noch unnötig Zeit. Ja, los geht's. Lass den Deathmatch beginnen. Ja, klasse. Geile Deathmatch. Ich habe ein K.O. Willkommen. Drei Punkte K.O. Ach so, oh. Das war dämlich. Ähm, wer lebt noch? So ein Goku lebt noch. So ein Goku, ich habe auch was und gar nicht für dich. Wisst ihr, ich weiß nicht, wie Gaginam dabei geht. So ein Goku, mein Schatz. Komm mal her. Ich habe da was Süßes. Aha. Was? Er kann fliegen? Okay, er kann ja fliegen. Boah, da geht's weiter. Ich muss auch gleich einen Cut machen. So, Goku, komm mal her. Goku, ich bin ein bisschen auf. Fall mal runter. Fall mal runter, habe ich gesagt. So muss es sein. Voller Bärm nicht gedürzt, aber egal. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt gerade geschafft habe, aber ich bin genial. Ich weiß. Yay. Und wir sehen uns das nächste Mal bei Dragon Ball Hunt. Wir sehen uns da echt ansch Во studie. Wir sehen uns so viele jetzt nicht. Bis zum nächsten Mal. **